Danke, Muchachos, und herzlich willkommen beim Rank Game mit den Losers. Diesmal spielt der Deko nicht seine gewünschte Catelyn, sondern mal jemand anders. Es ist nämlich der schwarze Mann, Lucien. No Hate. Jeder hat Angst vor dem schwarzen Mann. So haben wir das doch als Kinder gelernt. No racism. Ach nee, niemand. Das ist aber auch komisch, ne? Niemand hat Angst vor dem schwarzen Mann, so uh 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 uh. Ich glaube, das wurde auch abgeschafft, oder? Ja, das ist rassistisch. Das darf man gespielen, ne? Im Kindergarten gibt's doch sicherlich nicht mehr. Das Geile ist, dann ist noch das schwarze Kind, der ist dann auch wirklich schwarz, ne? Oh. Oh. Das ist aber richtig bad, ey. Alle Kinder rennen so weg. Nein, du bist schwarz! Aber wie heißt das denn jetzt? Gibt's das einfach gar nicht mehr das Spiel? Ich glaube, das ist jetzt einfach Angst vor dem bösen Mann oder so eine Scheiße. Ach so. Boah, stimmt, Alter. Ich glaube, das musste ich mal spielen auf irgendeiner komischen Veranstaltung. Mit dem kleinen Bruder von meiner Ex-Freundin. Wer hat Angst vor dem bösen Mann, oder wie? Jaja, und alle schreien, wer hat Angst vor dem bösen Mann und ich schreie, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann. Stimmt, Alter. Hä, wieso vom bösen Mann? Hä, was ist das denn? Ist das noch schwarz? Das kenne ich sogar aber nicht. Ja, wir sind noch anders groß geworden. Als ich noch fünf Jahre alt war, hatten wir keine Angst vor dem schwarzen Mann. Genau. Ich finde, die pesten sich aber auch alle viel zu sehr ein. Ja, auch mit Negerkuss und das darf nicht mehr Negerkuss heißen. Ey, und dieser Feminismus auch, ne? Lutsch mir ein. Ja, allgemein, Minderheiten haben auch das Recht, diskriminiert zu werden. Finde ich ganz im Ernst. Nein, ganz ehrlich, also ich finde es ja okay, dass man Frauen gewisse Vorzüge bietet. Aber, wenn die unbedingt Gleichheit haben wollen, dann sollen sie bitte, bitte auch im Sportunterricht gleich bewertet werden. Das war immer damals so krass. Also, die Jungs, die müssen 160 Liegestütze machen in 20 Sekunden. Und ihr Frauen, ihr müsst drei Liegestütze machen, kriegt ihr eine Eins. Das war immer so krass. Also, das muss man wieder gucken, ne? Weil eine Frau kann natürlich von der Muskulatur her nicht irgendwie 20 Liegestütze in 30 Sekunden machen. Gleichheit. Gleichheit. Es gibt auch die Muskelfrauen, ganz ehrlich. Genauso wie es die Muskelmänner und die Lauchmänner gibt. Okay, das stimmt schon. Die müssen halt ein bisschen... Okay, ich bin für dir. Ich bin für dir. Ich bin mit dir. Das finde ich auch. Also, im Sportunterricht, da sind jetzt nicht so krasse Leistungen, dass man da irgendwie... Nein, das ist jetzt nicht 120 Kilo Bankflug oder so. ... eine Bekanntenfrau für sein soll. Muss man halt ein bisschen üben, ne? Wenn man Liegestütze machen will. Stimmt, also Gleichberechtigung für alle. Genau. Also, fahrt runter, ja ihr Lehrer? Fahrt runter. So, wir spielen Ranked immer noch in der Gold. Ich bin jetzt in der Pomo zu Gold 4, deswegen müssen wir das Spiel gewinnen. Dann ist alles easy, dann fühle ich mich gut. Und die sind nicht... Okay, die sind doch da. Oh ja, schöner Exchange. So, schon mal hier die Pässe von Lucien ausgenutzt. Perfekt. Schon mal gezeigt, wer hier die Eier hat. Schon mal, ja, zeigen, wer hier der... Oh, ich will immer so... Aber ich fühl mich bad, wenn ich jetzt solche rassistischen Sprüche mache, weil ich Lucien spiele. Also, die sind ja nicht... Also, die sind schon rassistisch, aber die sind nicht rassistisch gemeint. Nein, wir haben... You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? Ich will ein bisschen harassen, aber der ist schon sehr, sehr vorsichtig, der Ezreal. Wie ist denn der so voll gehealt? In dein Gesicht! Da gibt's wieder das Gold für Mabaza. Boah, aber leider habe ich keinen Kuh ready gerade. Schade. Bisschen mehr... So, ein bisschen Damagio machen, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen andernas. Bisschen Poke, ein bisschen Moe. Weiter. Was will zu tun? Vielleicht haben wir dich. Ich will ein bisschen Kuhn machen. Ist das Engin, Alter, mit ORFK? Wo? Ich bin mir gerade gegen Engin. Nein, ich dachte gerade schon. Engin wäre ja auch gut geworden bisher, ne? Engin heißt ja auch ADC oder AFK, oder? Ja. Deswegen dachte ich gerade so. So, wir drücken jetzt Thresh auch mal eine rein, würde ich sagen. Wie? Ich weiß auch nicht, was das gerade war, weil ich wollte eigentlich mein Double Attack auf Thresh machen, aber hat einfach auf ein Minion gezogen. Wie könnt ihr nur... Was ist das unkwöl? Farben läuft doch. 21, joa. Zu, Ezreal hat 14. First Blood geht echt an die Seite? Nein, ich bin auf dem Desktop. Aber du bist nicht in Gefahr. Oh, okay, aber... Er hat mal Bosse, Alter. Immer muss er einen Schiss haben. Eigentlich darf man gar nicht rankt mit einem Bosse spielen. Man muss ständig Schiss haben, dass irgendwas komisches passiert, wofür man Bosse zwar nichts kann, aber... Es ist trotzdem nur mal Bosse passieren können. Du kannst den Ezreal schon fokusen, ne? Wirklich sagen, vom Fokus... Jetzt sind die gerade... Sehr, sehr offensiv, was denn ist mit denen? Wir sind alle Tide, die Ozean. Ja, na, 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 was willst du machen? Überall sind... Trashs. Oh, fuck. Best Bubble! Ja, du kannst schon Auto-Tanker auf der Stelle schon machen. Oh, jetzt hast du keinen Männer... Keinen Männer mehr. Obwohl es halt keinen Männer mehr. Du machst mich zu... Damage dir zu wenig anfällig, wenn du die Chance hast. Ja, jetzt können wir... Jetzt haben wir so. Oh, fuck. Ja, oh, oh. Oh! Run, baby, run. Oh, können wir noch was machen? Die haben keinen Exhaust mehr, wir haben keinen Heal mehr, ne? Das ist jetzt so die Sache. Was machen wir draus? Ja, wir können gar nichts machen, weil die back gehen. Also zumindest... Ach, die Thresh ist auch noch da. Ich hab auch nicht mehr viel Mana, ich muss mehr Mana. Jungle Labron. Okay, nee, wir gehen aber zurück, ja? Das ist sicher. Aber ich hab nur 1000 Mana, äh, 1000 Gold. Was soll ich damit zurückgehen? Dann tafft ihr irgendwas anderes. Also, ja, zurück! Ja, wenn du das so sagst, dann machen wir es zurück. Ich sage zurück! Also, gehen wir mal. Es wird ja eh Vampiric Zepter empfohlen auf Thresh, deswegen... Aber soll ich jetzt Schuhe kaufen oder soll ich Pots kaufen? Zwei Stück. Ach, du hast ja Heal und ich hab auch noch Vampiric Zepter. 2 zu 2! Hals und Bein hoch und so. Bis jetzt ist es echt so, äh, eine Lane verkackt. Eine Lane verkackt und Phil macht da wieder... Oh! Oh, ganz ehrlich, Nasus, was machst du da? Oh! Das war so gut gemacht von Phil und Nasus checkt einfach mal gar nichts. Replayed. Ey, Nasus muss schon seine Aufladung handeln, ne? Handler Reno! So, ich... Def hier kurz, so. Und jetzt kannst du schießen! Nur nicht der Tower, nur nicht der Tower. Ja, so. Perfekt. Ich hab den nicht bekommen, also nicht ganz so perfekt. Aber die Chubo sind weg. Äh, aber die Chubo sind weg. Ja. Du kannst jetzt irgendwie Last-Stuheer, kannst machen was du willst eigentlich. Ich skille erstmal wieder weiter meinen W hoch, das heißt mein Heal. Und ich sehe das Game eigentlich jetzt schon gewonnen. Sehr zuversichtlich. Na, du hast weniger Farben als der S-Rail. Äh, ich nicht hier. Stimmt gar nicht. Da hab ich... Ne, jetzt hab ich gleich. Na okay, ich war ja auch back, ne? Der Zeit konnte ja Farben. Ähm... Ich hab kein... Kein Wort-Item, beziehungsweise Worts gekauft. Ist eigentlich... Mag ich selber gar nicht so gerne. Bloß ich wollte mir um den Schuhe holen. Do-cho-pi. Ja, gegen Crashen ist vielleicht Schuhe auch nicht die schlechteste Überlegung. Hm, genau. Äh, ja, bis jetzt... W ist Top-Lane, das heißt, wir können hier ordentlich Druck machen. Druck! Nein, mein erstes Ding, den ich nicht getroffen habe. Weißt du, du hast schon eigentlich getroffen. Lüge nicht! Übertreibe nicht! Ich bin gleich Level 6. Sind die auch schon Level 6? Ne, noch nicht. Double Kill für Katarina. Ich bin auch bald Level 6. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Und da wird sie noch ein Schüppel, oder? Ja, sie... Oh. Die Annie trifft aber auch gar nichts. What the fuck. Triple Nipple. Soweit wir Level 6 sind, draufgehen. Äh, er soll ist Level 6. Oh, er hat keinen Hook. Er hat keinen Hook mehr. Die weitermachen! Wieso kommt der nicht? Ja, warte, warte, ich hab... Äh... Nein! Ich war nicht Level 6. Ich war nicht... Ja! Jawohl! Pass auf, jetzt ein Ulti! Vielleicht musst du dodgen. Und ich hab keinen... Äh, kein... Ah, fuck. Oh, der Fiddle ist echt gut. Der macht den Job. Und die waren echt ein paar Sekunden vorher Level 6. Deswegen... ganz kurz davor, richtig zu engagen. Einen Minimär, ich wäre Level 6 gewesen. Ich bin ja jetzt über Level 6. Deswegen... Ach, du bist irgendwie... Ich war zu dem Zeitpunkt nicht Level 6, das war das Problem. Achso. Ach, scheiße. Und die haben beide da ordentlich Action gemacht. Deswegen... Ich helfe mal kurz dem Fiddle, falls er irgendwie Probleme haben sollte da. Weil ein Drake wäre jetzt echt ganz so ungeil. Ja, ein Drake würde ich auch nehmen. Nice. 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 Oh, die... Cutter. Nein! Oh, mein Gott. Ich hab keine Ulti mehr. Die Annie... Hat 0,2. Und nur 46 Farmen. What the fuck? Die hat 30... Äh, 20 Farmen weniger als Cutter. Wie geht das denn? Gerade mit Annie finde ich es einfach... Ich meine, siehst du eigentlich... Erstmal ist es Farmen richtig easy. Und zweitens... Äh... Ist Annie eigentlich ein ziemlich krasser Counter zu Cutter. Mhm. Ich habe kein... Kein irgendwas um... Kein Ulti. Kein Ulti. Ich habe kein Ulti. Ich habe kein Ulti. Der Bruder hat ganz zum Schluss getroffen. Ich habe ein bisschen Kacke. Ja. Das war ein wenig Kacke! Der Tuck! Das meine ich genau. Einfach mal ein bisschen Attacke da machen. Das habe ich vermisst die ganze Zeit. Warum haust du da vorher drauf? Ah. Just Cause. Immer noch... Alter. Bei mir ist der draußen gerade mies laut. Wer ist draußen laut? Bei mir. Die Nachbarn oder... Keine Ahnung. Die haben ja unter mir eine Kneipe. Die gehen gerade alle ab! Die drehen durch da! Dreh durch! Party! Immer wieder Autotext of Thrasher! Wochenende! Wenn er hier ist. Party! Wie gar nicht. Wochenende! Saufen! Saufen! Party! Zehn! Neun! Gleich habe ich Ulti wieder. Jetzt pushen wir bloß wieder krass. Oh Mensch! Oh Mensch! Endy! Sieg zu, ey! Der hat Promo-Games für mal was, oder? Oh! Der Matrix-Dogs! Fuck! Los, komm! Oh fuck! Oh fuck! Tu something! Fuck, Cutter ist auch noch hier. Dass du nicht einfach mal geschissen bekommst, ein Autotext drauf zu machen, ey! Cutter ist doch fucking hier! Oh! Du warst so oder so tot! Nein! Wäre Cutter nicht gekommen, wäre ich im Leben gewesen! Oh mein Gott! Dick, ey! Mmmh! Alter! Wäre Cutter nicht gekommen, wäre ich im Leben draus gekommen! Ja, aber... Ja, aber was? Da war Cutter und dann musst du einfach all in auf Ezreal machen und nicht abhauen. Du hast keinen einzigen Autotext drauf gemacht! Als ich Cutter gesehen habe, war ich schon hier! 20 HP hatte die noch! Diese scheiß Ezreal Ruhe! Ey! Das Deko! Alter, ich sag's dir nochmal! Ich wäre lebend rausgekommen, wäre Cutter nicht da gewesen! Ich bin abgehauen, als der... äh... Jungler Gang kam! Musst du einfach trotzdem all in machen! Wenn's... wenn's... Das wäre einfach Kill Secure gewesen! Es wäre einfach... äh... weniger Wurf gewesen, als wäre ich... Als wenn ich rausgekommen wäre! Na, du hättest ja den Ezreal umgebracht, dann wär's wieder Wurf gewesen! Deswegen... ein... ein Autotext! Nee, weil ich dann auch gestorben wäre! Ein Autotext hätte's nur drauf machen müssen, mehr nicht! Ich wäre dann auch gestorben! Ja, aber so... so... war's ja für nichts! Ja, das wusste ich aber auch erst, als Cutter dann aufgetaucht ist! Deswegen... mach's einfach das nächste Mal! Einfach all in! So, hier bohr ich ab! Oh, Cutter ist schon wieder da! Cutter ist schon wieder da, wie auch! Vielleicht können wir da was machen! Nee! Boah, wieder Damage, ne? What the fuck! Ey, die Annie! Da hat's ja Glück im richtigen Augenblick da gewordet! Wie, wie, schön! Wir können das schaffen! Wir müssen uns jetzt nur hier einfach richtig krass konzentrieren! Ich check einfach überhaupt nicht, wie das... sein kann, dass er mit Annie gegen Cutter verliert! Das ist doch... wir sind doch hier in der Gold-Elo, Alter! Was ist denn da los? Aber Fiddle ist da! Ja! Jawoll, Alter! Nice! 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 Sehr schön! So, wieder gefangen! Der freut sich wahrscheinlich auch mal, wenn er irgendwo ganken kann! Ja! Aber wahrscheinlich kommt Cutter jetzt zu uns! Ja, da kommt's ja auch schon! Aber wir haben ja dich und wir haben... Wir haben vier! Deswegen weiter! ...Fiddle! Ja, jetzt können wir umdrehen! Ich glaube sogar Mute bricht ihre Ulti ab! Mhm! Es wird aber richtig erfahren, ja! Ich check's echt nicht, Alter, wie man mit Annie gegen Cutter verlieren kann! Das ist total toll! Nein! Sicher ist sicher! Sicher ist sicher! Nee, V ist da deswegen! Ja, war ja auch noch! Aber der ist nur hier! Jawoll, Exhaust! Oh! Ja! Oh! Ja! 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 Oh mein Gott, ich bin tot! Nein, der Red Buff! Aber ihr habt beide Kits geholt? Oh mein Gott! Da war gewordet in dem Scheißding! Ahhhh, Jesus! Ich brauch unbedingt nen Trank! Aber bei mir läuft's gerade ganz gut eigentlich. Ich hab jetzt auch Trinity Force Full! Dank Viertel sind wir echt zurück im Game! Ja, er hätte die Endy gerade, aber gut, ich hätte auch auf Trash gehen können, aber wahrscheinlich war das besser, dass ich ab, äh, Ezreal gegangen ist, weil wir so Trashy auch was anderes konzentrierte, als darauf mich zu zerstören Puh, ja, das freut natürlich den Phil, wenn er jetzt hört, dass er einen guten Job macht Oh ja, nice one, sehr schön, Fiddle hat er Nein, er hat keine Mana, jawoll Ich wollte gerade eigentlich noch helfen, aber brauche ich gar nicht Du hilfst genug, wenn du mal auf meine Land kommst Ja, bin schon unterwegs Okay, hier, fährst du jetzt ab? Wuhuhuhuhu Alter, war das knapp Ah, das tut weh Ach, der hat Red Buff, ne, oder? Ne, das wäre dann so komisch bei mir Brennt der richtig krass nach Wow! Oh, jawoll, ey Der, ja, wow, nice Super nice Du entkommst mir nicht Weiter, weiter, weiter Ja Ach, schade Hier, wir können den Tower machen Aber das war richtig geil Ja, der Tower war ja fast down Oh, fuck das Ja Nein, es hat nichts mehr gebrockt Nein Oh, schade Fast hätte ich jetzt noch gekillt Ich hab gerade meinen Coup abbekommen Der Coup wird jetzt tot gewesen Ich dachte, durch die Bubble Schafft ihr das locker noch Aber Annie ist ja auf Insta gestorben Das war jetzt wieder nicht so geil Ja, da kann er nichts machen, er hat kein Wort Oh, fuck Cutter, cutter jetzt auch beide Buffs Die ist echt übel Ich muss meinen Exhaust für die aufheben Hab ich genau jetzt wieder ab Aber guck mal, wir haben noch ein Late Game Nasus Das spricht alles vor uns dieses Game Ich werde wieder meine Zuhause sehen Meine Leute sind in Ordnung Mit den Stabern Mit den Stabern Nicer Der Thresh wird vergewaltigt Thresh, der Arsch hat meinen Ulti abgebrochen Ich hab noch Exhaust Das ist jetzt so der Lernprozess Von den ersten Games mit Luchan Wer alles meinen Ulti abbrechen kann Und das man wirklich Sobald ich CC draufkriege Das ist meine Ulti Ende Aber ich wette, Cutter wartet irgendwo. Ja klar, ich hab Exhausten, wie gesagt, wir können da ruhig so ein bisschen in die Falle treten. Weiter, weiter, weiter! Nein, ooooh! Ja, echt schade. Aber egal, wir wussten ja, dass Cutter das ist. Hat er geflasht, was hat er gemacht? Irgendwas hat ihm keine Ahnung. Es war ja klar, dass Cutter das ist, deswegen Insta-Exhausted und dann war es auch kein Problem, ja? Ja. Schade, dass Angel die Kills bekommen hat, aber wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn die langsam mal wieder ein bisschen in den Game kommt. Okay, hat wieder ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Danach zurückgehen. Ich geh jetzt schon mal zurück. Ja. Äh, wie ist das Ulti? Auf wen gingen die? Auf dich oder? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Äh, ne, auf, äh, Viertelsticks. Ich kann mir eh nichts kaufen, ich brauch noch 300 Gold. Äh, Vi ist top bei Nasos. Nasos hat Lee Sin fast zerstört, aber... Jetzt zerstört Vi ihn. Schade. Oh, Annie? Kann sie was machen? Ja. Schön. Ja, nice. Eben den Kill abgegriffen. Ein Flash-Stun ist immer... Oh fuck. Ja. Aber Annie, die müssen beide... Die dürften nicht im geringsten Problem haben mit Kotter. Ja. 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 Ich hab Angst. Da war eigentlich vollkommen hirnlos, dass, äh... Cutter da reingegangen ist. Oder haben die... Hat die gar nicht engaged. Ja, stimmt. Ich hab' gar nicht gesehen. Das wird schon kam. Soll ich engagen? Ich engage. Ja, der ist auch weg. Nein! Nein! Wow. Alter. Oh wei. What the fuck? Der Damage, Alter. Bekommene Damage her. Das war echt krass. Ich hab' 300 Damage von Minutes bekommen? In meiner Todesübersicht... Ist, äh... Ist Ezreal nicht mehr aufgeführt. Was? Wie hast du denn so... Du bist richtig explodiert. Ich bin... Ja, deswegen... Ich wundere mich auch. Ich hab' 300 Schaden von Minions bekommen. Wo das Bild von Kotter aber ist. Dann hab' ich als Killer 270 von Vi und 141 von Trash. Das sind... Ich glaub' mal... 600 Schaden gewesen oder so. Lol. Sollte der echt? Ich hab' auch keinen Plan, was da passiert ist. Auf einmal war ich fast tot. Es liegt zu... Oh fuck. Ich hab' keinen... Ich hab' nichts. LOL! LOL! Den Flash! Den Flash! Kommt doch! Nubi! Lautsache... Ein Fairflash in nem Busch drinnen und jeder sieht's. Ohhhh wie geil. Ähm... Ja. Aber da war auch... Als wir engaged haben, war auch direkt wieder wieder. Also die ist echt immer... Hier, komm. Mach Red Buff. Die ist echt leider immer auch zurechtgefallen. So jetzt hab' ich Trinity Force und Blade of Rune King durch. Oh, pass auf. Wie kommt der gerade? Ja. Oh, Botlane müssen wir... Die pushen da. Oh, die pushen. Krass. Kriegen wir den noch? Wie viel Leben hat der Tor? Doch, schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Schön. Jetzt kämpfen! Jetzt! Wir sind immer wieder hier. Nein... Oh, damn. Aber Cutter kommt auch irgendwo. Nein, aber ich hab alles verkackt. 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 Fuck, fuck! Nein! Meinst du nicht? Du, Sun 5! Die ist exhausted! Die war exhausted! Die war exhausted! Ah! Ich will jetzt gerne... Ah, da ist Cutter wieder. Okay. Aber Annie kommt auch nicht mehr. Wenn die einen stun hat. Ah, du musst abhauen! Nein, ich bin tot. Das war scheiße, dass du da noch hingegangen bist. Ja, ich dachte, ich kann mit Annie vielleicht noch irgendwas machen. Da kam Threshold. Lief alles irgendwie ein bisschen kacke. Der Fokus war scheiße und... Aber der N-Gage war auch schon behindert. Ja, da ging alles im Tösten, was ich hatte. Ah, dann habe ich aber kein Blut. Eeehhhhhhh..... Euro Tyrant ist bestroint. Also, bot. Aber, Nasus push top ziemlich gut. Allerdings ist er auch schon fast down. Ja, der muss aufpassen auf jeden Fall. Da ist B. Da ist B. Meinst du, ich weiß nicht, wenn er seine Ulti hat? Hat er sein Ulti? Hat er halt eingesetzt? Hat er benutzt? Er zieht ganz schön gut, der Match. Oh! Das vielleicht muss er abhauen. Das muss er überhaupt abhauen. Ist er behindert? Wieso? Weil er unterm Tau noch mal eingegangen ist. Wenn der jetzt willkommen wäre von den Leuten, die gerade gestorben sind. Ende gelände und wieder ein useless, äh, Tod. Dann machen wir mal den Drake, ne? Oh! Schade. Jaa, Wurf! Er hat sein Ulti nicht getroffen. Oh, fuck, Alter, war ich festgebuckt. Jetzt aber Cookies essen, aber ganz schnell Cookies. So, ja. Ach, ich hab Blubuff? Nice. Ja, von Essary. Ach, ich hab ja Essary gekillt. Das war wieder geil, das... Ja, ich hab ihn zum Glück baiten können, zu euch. Und dann hat er sein Ulti verkackt, und dann... Er ist nicht mich, er ist mit seinem E offensiv reingegangen, das war wieder sein Fail Number One. Hier! Ist das der Bait? Nein, sie geht nicht zum Wurz. Nein, kein Bait. Wurf! So... Kommst du? Ich bin zumindest da. Schade. Das hat echt ne minimale Furz-Range. Ich könnte da noch reingehen, aber ich lass es wieder. Okay, Nasus pusht da weiter, das ist echt supergeil. Jawoll! Ich sag doch das! Game gewinnen wir! Ja. Nein, ich hab nur Exhausted, aber ich konnte nicht mehr meinen Ulti casten. Ah, fuck. Der hätte sie dodgen müssen, hat sie aber nicht. Aber die Ulti auf mich? Warum? War natürlich gut, aber... Ahhhh... Aber Alter, der Nasus! Ja. Hauptsache Inhip. Ja, die läuft! Der will er unbedingt an. Fall so Wurf. Kickt der Inhip noch? Ja. Ja, nice. Jetzt muss er dodgen! Oh, ne. Aber ganz gern auf dem Dörfer in Deutsch. Oh, und da ist noch Ezreal. Aber Ezreal kriegt ein bisschen aus dem Druck klingen. Aber... Nein, das sind viele Leute. ZU PI... ZU... ZU MANY PEOPLE! Ja, aber es hat halt gut gemacht hier. PUSH! 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 Everywhere I go! Everywhere I go! I see beautiful people! Dann schaust du aber niemanden im Spiel. Beautiful people dot this! Lauf schon weiter. Cutter. Fuck you Cutter, ich weiß gar nicht was Ding er überhaupt macht. Wenn ich jemanden damit angreifen würde, kriege ich 40 movement speed. Ist auch nicht schlecht, ich hol mir den Rap ab. Ich hab 3k! Oh fuck! Cutter hat ganz schön krass gepusht. Er hat auch die Büsche abgecheckt sogar noch. Und Amy hat geflogen. Nice. So hier ist V. Dann müsstest du mal langsam herkommen. On my way. I'm on my way. Husky Dekos on this way. Ja, aber Vy ist auch so ein starker Pik, Alter. Ja, ich gebe einkaufen. Also wie viele Knete hast du denn? 3100. Wow! Okay, ja du musst auf jeden Fall einkaufen. Soll ich mir Insta Lars Whisper kaufen oder soll ich ihn für eine Tiers sparen? Hm, warte. Ich hab schon. So kurz ein bisschen mal hier Resistenz. Ich hab schon. Ehhhhhhh... Zick. Ehhhhhhh... ein zombie von deinem Aussehen kommt das auf jeden Fall schon mal hin ich stecks ja nicht ich carry ihn hier hoch nach Gold 4 und er kann einfach nur beleidigen du und Carried NIEMALS der Viertel, da kannst du sagen dass der Carried und der macht einen richtig guten Job schon von Anfang an auf jeden Fall oh ja ich würde gerne bevor ich auf Kata engage, erstmal die Tower wegheben ja klar wow oder so hier warum auf mich alter, was ein scheiß Problem don't be haiden so much hate in dir siegreich ich sag jetzt aber schon mal siegreich muchachos das war ein Spiel wie ist ja passieren der Gefühle auf jeden Fall der Emotionen direkt am Anfang schon was für Gefühle da war nur Hass bei dir Dein Auge hat der Hass ey allerdings ist natürlich auch Hass ein Gefühl ich hoffe es hat euch gefallen das war mal wieder ein Ranked Game klassische first time und jetzt kommt und jetzt kommt Nein achja darf ich vorstellen Nubiger Arschloch mal bossa den Wien-Dodge habe ich aber perfekt hinbekommen Das stimmt Der Rest war dann einfach nur Käse Ja Katharina ist einfach so ein Penta Star Also das kann man ja nicht anders sagen Ja gehört zumindest zu den Zu den wahrscheinlichsten Pentas Diese Resets sind einfach echt krass Ich muss aber sagen Die Katharina hat jetzt auch gut gespielt Also die hat ja wirklich die Midlane zerrissen Zerfickt und was weiß ich nicht alles Die Annie ist nur durch Durch Roaming wieder zurück ins Spiel gekommen Dass sie auf der Borderland dann ein paar Akades abgegriffen hat Oh stimmt jetzt die könnten wahrscheinlich Oh fuck Annie Ganz ehrlich wenn wir das jetzt noch aus der Hand geben Fuck ich hab jetzt schon jetzt die Reben geschmissen Vor allem hast du schon gesagt GG Muchachos Haben sie schon gemacht? Ne Das war der Fehler Das war der Fehler Das war der Fehler Ja einfach durchrushen würde ich sagen oder? Na sure Jetzt verlieren wir den Aschhoffold Nein es hat nicht gereicht Oh fuck Ich muss abhauen Hau ab Heal ihn doch Wieso hast du das? Ich will nicht mal in die Range gehen Was ey die können das Die können das jetzt Hey fuck ey Dein Ernst Ist das dein Ernst? Ich hab richtig schön viel Zeit Zeit geschmissen Das war wichtig Wenigstens konnten sie jetzt nicht noch Die haben sogar Barren bekommen Ey ist das dein Ernst Ey Focus alter Ganz ehrlich Focus Auf so ne Scheiße hab ich jetzt gar keinen Bock Du müsstest einfach mal irgendwie da sein und Cutters Ulti abbrechen Aber nein die können auch immer durchziehen Ich war sogar da Ich hab die Ulti rübergezimmert Das sollte schon reichen Obviously not Aber das ganz ehrlich Ihr habt so viel um Wieso er hätte nur viel machen müssen Wer nicht oder eh Fertig Der war sogar da Ja der war sogar da Komisch Natürlich war der da Deswegen ne Oh fuck Ey irgendwie hier das Throat ne oh mein Gott Dude Hier wird echt unnormal gethroat Ey das war's ne das war's Das war's Fickt euch einfach nur Alter Das ich Aber die Die Cutter ist wirklich zwei mal Drei mal durchgezogen Mit dem Quadrakam Ey ganz ehrlich Ihr seid so Das ist echt lust Was sollen wir dazu noch sagen Alter Das war so bad für euch Das war so ein schönes Game Unbelievable Ja Proverkackt Danke Reinhauen Das war's Ich glaube Hagn diskutieren Vielen Dank.